Es gibt Rassismusvorwürfe gegen einen Member im Vivi-Team, das schauen wir uns unter anderem an, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Comic an von Tarzan, das wir sehen werden, sowie aktuelle Daten vom Markt, das und noch sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi Uji und heute mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen wissen musst und heute auch mit einem Thema, wo ich einfach, ja, wie ihr merkt, schon etwas ernster einfach bin, da es auch ein ernstes Thema ist und zwar geht es um das Thema Rassismus. Und das Thema Rassismus ist allgemein ein, ja, sehr, doch weit verbreitetes Thema noch, leider und jetzt gab es einen Vorfall bei einem Member aus dem Vivi-Team und zwar nämlich Ryan. Das Ganze muss man aber auch ganz klar sagen, ist nicht mehr aktuell, denn diese Posts, die hier ausgegraben wurden, sind aus 2011, 12 und dementsprechend natürlich auch schon einige Jahre her. Nichtsdestotrotz haben diese Tweets für enorm viel Aufsehen gesorgt und sind wirklich sehr diskriminierend gegenüber Arabern spezifisch beispielsweise oder auch gegen Chinesen. Und von solchen Tweets genauso wie von Rassismus distanziere ich mich persönlich komplett, denn damit habe ich nichts zu tun und möchte ich auch niemals etwas zu tun haben. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was ist daraus die Konsequenz? Denn viele Leute und das auch zu Recht haben sich natürlich auch darüber enorm aufgeregt, denn es richtet sich ja dann auch teilweise gegen Leute, die zum Beispiel arabischen Ursprungs sind, die sich dann natürlich auch zu Recht angegriffen fühlen und dementsprechend natürlich hier auch dann fordern, dass zum Beispiel Ryan das Vivi-Team verlässt und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir uns an, was Vivi dazu geschrieben hat, denn dazu gab es auch schon ein Statement und hier muss ich ganz klar sagen, haben sie meiner Meinung nach völlig richtig gehandelt, denn sie haben auf die Community sozusagen gehört und sind auch auf eingegangen. Und sie schreiben ja auch, dass sie natürlich sehr enttäuscht sind über diese Kommentare, auch wenn sie 10 bis 12 Jahre her sind. Und dennoch hat das natürlich eine Wirkung, man muss natürlich ganz klar sagen, zu dieser Zeit war Ryan 16 bis 21, in dieser Zeit kann man sehr sehr dumme Sachen machen, aber Rassismus geht meiner Meinung nach da überhaupt nicht, egal ob man jetzt 16 oder 21 ist, das ist einfach ein absolutes No-Go. Und natürlich können sich Menschen ändern und ich habe ihn auch selber kennengelernt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwelche rassistischen Aussagen getätigt hat oder sowas. Von daher, natürlich, Leute können sich ändern, aber nichtsdestotrotz haben natürlich diese Tweets von vor 10 bis 12 Jahren einen gewissen Fadenbeigeschmack, der natürlich bis heute damit anhält. Auch wenn er es vielleicht gar nicht mehr ist und mittlerweile tatsächlich auch selber Christ ist, aber das ist einfach eine sehr sehr schwierige Kiste, nichtsdestotrotz hat die Vivi richtig gehandelt. Sie haben ihn sofort hier aus dem Team geschmissen und dementsprechend ist er jetzt auch kein Teil des Vivi-Teams mehr. Außerdem wollen sie insgesamt alle Mitarbeiter noch mehr überprüfen bzw. auch sicherstellen, dass wenn sie neue Leute einstellen, dass diese natürlich auch diesen Werten entsprechen. Die Vivi vertritt nämlich keinen Rassismus beispielsweise. Außer sind sie insgesamt intern nochmal mit dem gesamten Team am Sprechen, was für Auswirkungen solche Sachen natürlich auch haben und welche Rolle auch solche einzelnen Leute tatsächlich spielen können, bei Vivi und auch teilweise für sehr sehr viel Aufruhr sorgen können. Ansonsten haben sie sich natürlich auch nochmal für diesen Vorfall entschuldigt und insgesamt, ja, finde ich persönlich, war das ein absolut richtiger Schachzug. Auch, wie gesagt, wenn sich Ryan nicht mehr so verhält oder auch nicht mehr so denkt wie vor 10 bis 12 Jahren, sind natürlich solche Tweets absolut fatal und meiner Meinung nach hätte er gehen müssen. Egal, ob er jetzt noch dieses rassistische Gedankengut hat oder nicht, meiner Meinung nach geht sowas leider halt überhaupt nicht, egal, ob ich ihn jetzt mag oder nicht. Aber im Endeffekt sind solche Tweets halt ein absolutes No-Go. So, genug von diesem Thema, kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar nämlich dem nächsten Tatsan-Comic, was wir sehen werden am 6. Dezember um 17. deutscher Zeit, das heißt jetzt am Mittwoch und hier sind wir Tatsan-217 und das ganze Comic wird natürlich wie immer exklusiv Rare, wie auch Ultra-Cover hier mit dabei haben. Ansonsten haben wir natürlich hier 7 Gems pro Comic und eine Edition von 3500 Stück. Für mich persönlich trotzdem auf jeden Fall ein Skip, einfach aufgrund dessen, weil diese Comics auch in Vergangenheit einfach sehr sehr schlecht gegangen sind. Ansonsten, der Bitcoin steht bei über 40.000 Dollar. Der Omicros hingegen hat sich bis jetzt in der letzten Zeit ziemlich wenig bewegt, weiterhin in unserer Range und von daher für mich persönlich momentan noch eine sehr sehr schöne Kaufzone und wahrscheinlich dann wird es im Januar eher nochmal nach oben gehen mit Oxair und dem Krypto-Event. Dann wird es meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich krasser nach oben gehen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall die aktuellen Marktdaten nochmal ganz genau an. Insgesamt hatten wir im November 16.200 Wallets, die aktiv waren, das heißt mindestens eine Transaktion getätigt haben. Insgesamt haben wir 412 neue Wallets. Die Marktaktivität werden insgesamt 84.000 Trades, 7.900 Buyers und 7.700 Sellers. Was jetzt hier ganz interessant ist zu sehen, wir hatten in diesem Monat tatsächlich mehr Käufer als Verkäufer. Das ist auf jeden Fall prinzipiell ein sehr sehr gutes Zeichen erstmal. Ansonsten hatten wir auf jeden Fall hier auch einige, ja noch weitere Daten, wie viele Trades insgesamt gemintet wurden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall insgesamt erstmal keine schlechte Statistik und 412 User, die neu dazukommen, sind natürlich in Relation zu 16.200 tatsächlich gar nicht mal so wenig. Natürlich ist hier auch die Frage, wie aktiv diese User sind, plus natürlich auch wie viele davon eventuell Bots sein könnten oder nicht. Und als letztes kommen wir noch zum nächsten Star Wars Comic, was wir schon in einem der letzten Videos besprochen haben. Und hier sehen wir jetzt wirklich auch deinen Return of the Jedi Hashtag 1 am 15. Dezember um 17.00 Uhr deutscher Zeit zum 40. Jubiläum von Star Wars. Und das wird ja wie gesagt mit einem Special kommen. Wenn du das nicht gesehen hast, was da kommen wird, dann schau dir definitiv das letzte Video von mir an zu dem Drop League. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig von dir über ein Like unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, Herr Käpt'n. Ciao, ciao. 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 Ciao.